Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Zeit für ein Gassi to go und natürlich möchte ich euch noch wunderschöne Sommerferien wünschen. Ihr habt es geschafft, das Schuljahr ist rum und jetzt ist Zeit für Pause und Erholung. Es reicht, es ist Schluss und ihr wisst, während alle Menschen in Jahren, in Kalenderjahren denken, denken wir Lehrer ja in Schuljahren. Und deswegen geht jetzt ein Jahr für mich zu Ende und in ein paar Wochen geht ein neues Jahr los. Und wie jedes Jahr möchte ich euch eine kleine Hausaufgabe mit in die Sommerferien geben. Und keine Sorge, ihr müsst nicht schreiben, ihr müsst nicht denken und es tut auch nicht weh und trotzdem möchte ich euch bitten, diese Hausaufgaben zu erledigen. Okay? Es sind nur drei Stück. Erstens, einmal in den Sommerferien so verrückt sein und ganz früh morgens aufstehen und sich einen Sonnenaufgang anschauen. Das macht man natürlich am besten am Meer. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe, die könntet ihr gleich zusammen mit der ersten Aufgabe erledigen. Einen neuen Ort besuchen. Irgendeinen. Ein Ort, an dem du noch nie gewesen bist. Und die letzte Aufgabe, das kann für den einen oder die andere von uns die schwereste Aufgabe sein, aber auch das sollst du bitte erfüllen. Du lernst einen neuen Menschen kennen. Irgendeinen, den du noch nicht kennst. Und dann hast du alle Aufgaben erledigt und hoffentlich deine Ferien auch genossen. Okay? Das ist der Job. Und denk immer dran, manchmal steht das Glück einfach vor deiner Tür. Okay? Das war's.